Hallo, ich bin der Kenji und ich habe die Musik für den Lehrlingsspot der Post komponiert und produziert. Hi, ich bin Adolisa und ich habe den Text gedichtet und die Textmelodie für den Lehrlingsspot der Post AG geschrieben. Das Ziel war ja, junge Menschen an einer Lehrkraft bei der Post zu interessieren. Und da war dann ziemlich schnell klar, okay, das ist die Generation TikTok. Also ich habe zuerst die Lyrics geschrieben, da gab es auch ein paar Anleitungen. Also es sollte, wie ich schon gesagt habe, sehr energetisch sein, sehr aufmunternd. Und daran habe ich mich ein bisschen orientiert. Let's go bedeutet für mich irgendwie, dass man auf jeden Fall einfach über seinen Schatten springen sollte und das einfach jetzt macht. Und dass es dir egal sein sollte, was alle anderen jetzt denken. Sondern einfach, du machst es jetzt, du hast Vertrauen in dich, in deine Fähigkeiten und du ziehst jetzt irgendwas durch. Teamwork bedeutet für mich Offenheit, Respekt, Neugier. Ich fand es einerseits cool und andererseits auch spannend, dass ein Kunde wie die Post sich dazu entschieden hat, mit jungen Künstler und Künstlerinnen wie mit uns zu arbeiten, weil das ist ja auch nicht alltäglich. Und ja, ich hoffe, dass die Werbeindustrie sich was von dem abschauen kann. 3 5 5 5 5 6 5 Untertitelung des ZDF für funk, 2017